hallo jetzt geht's also keine ahnung was mit einem mit meinem aufnahmen programm los ist ich verstehe es einfach nicht ich habe jetzt ich kann es mal ich zähl mal kurz 1 2 3 4 8 dateien bioshock habe ich jetzt eine für die erste folge drei beschädigte eine die hat auch noch funktioniert dann eine 14 minütige die hat 15 minütige die ohne ton also die gestrige noch eine beschädigte und die jetzige keine ahnung was mit meinem scheiß programm da gerade los ist ich bin so geladen ich würde am liebsten grad die maus also hoffentlich geht es jetzt endlich ich verstehe nicht woran es einfach liegt morgen kommt die leine ab denn all das muss einmal ein ende haben aber selbst wenn ich den siphon zerstöre werde ich stark genug sein um alle türen zu sehen und diejenige zu öffnen die ich mir aussuche die wahre frage lautet wann lebt lebte wird leben stirbt starb wird sterben alter die zwei geben mir so auf den sack ich kann nur zu sehen wie sich das was ich in bewegung gesetzt habe seinem ende entgegen treibt ich brauchte meine ganze kraft um dich herzuholen ich verstehe nicht ich hab dich schreien hören ich wollte dich holen sind wir her nimm meine hand äh das ist gerade extrem gruselig was der sprost des propheten wird den thron besteigen und die berge der welt in flammen hüllen sag was du willst über comstock er war ein höllisch guter wahrsager nicht die folter hat mich gebrochen auch nicht die indoktrinierung es war die zeit die zeit vernichtet alles bucker selbst die hoffen ich wollte kommen songbird er stoppt dich immer ich hätte einen weg gefunden nein es ist zu spät für mich ich hab dich zu deinem besten hergebracht zu euer beider wohl hier was ist das es ist für sie sie wird es entziffern was steht da es ist ein hinweis was für ein hinweis wie man nicht ich wird ich check hier gar nichts mehr the word of the prophet äh prophet ich darf hier nicht prophet sagen ich bin zurück 1912 bevor sie es ist noch Zeit deine mutter kam zu spät 3 erst ich évidemment ich 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 nicht Du dreckiger Bastard. Mann. Immer so epische Szenen und ich verkack's. Boah. Lauf doch. Alter, ich krieg hier so Aggression. Gut, der ist futsch. Boah, wie lange hat das bitte gehalten? Okay, ich bin so gut wie tot. Nein. Okay, ich bin so gut wie lange. Okay. Das ist gut. Okay. 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 Das war's für heute. Yeah. Wow! Alter! Fuck! Oh! Alter, bin ich zusammengefahren jetzt. Okay, geil, wir haben... Oh, Mann! Alter, das geht nicht. Ich faile ja nur noch. Ey, sorry, aber... Das geht gar nicht mehr. Ich will ja noch vorm Spiel was zeigen und nicht andauernd failen. Diese Wahlheisen sind offensichtlich. Für den Glauben dieser... Wo bin ich? Hier bin ich. Oh, Mann! Ey, ich sag ganz ehrlich, jetzt facht's... Äh, tut, ich bin tot. Ja. Mann! Ey! Ich raff das nicht. Was ist denn los? Komm, bleib schneller nach. Oder ist das normal, dass man so oft stirbt? Wo bist du? Wo ist denn los? ich glaube ich hätte vorne sein ich hätte vorne bleiben sollen ouch ich bin bei dir alles ok ok ich krieg das wieder hin bereit tu es einfach ja auf ich glaube jemand wollte dass du das kriegst was ist das lies dein traum über new york wird wahr und ich bin es ich bin es die durch sie kommen wir an songbird vorbei wir suchen uns ein luftschiff und hauen ab du wolltest doch immer wir gehen nicht denn wir werden comstock finden warum du hast gesehen wozu er mich macht das lasse ich nicht zu und was dann willst du ihn töten willst du jetzt moralisch werden du vergisst ich kenne dich ich lasse nicht zu dass du ihn umbringst wirklich wie willst du mich davon abhalten gar nicht weil ich es nämlich für dich erledigen werde alter 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 verwalter boah suchen wir also den propheten comstock zeppelin ist draußen die hand of the prophet nennt er ihn woher weißt du das ich bin ja schon eine weile hier wie lange lang genug ich hoffe comstock hat gekriegt was er von mir wollte er wird nicht lange was davon haben kriegst du das geknackt bitte die tut mir so leid dem werden wir so dem arsch polieren und das werden wir dann in der nächsten Folge alles hier ist eine Chiffre die ich verstehe bis auf dieses Symbol Moment ich mach lieber Pause und dann falls die Auflagen nicht weiter laufen sollte verpasst du wenigstens nichts nichts vom Dialekt äh Dialekt so was siehst du hier du siehst hier die Endcard von meinen Videos unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar schreib mir PNs oder sowas was du gut findest was nicht liken, abonnieren irgendwas und wir sehen uns dann im nächsten Video freut mich wenn du wieder dabei wärst und wir sehen uns dann im nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video Überset bis zum nächsten Video